Einen wunderschönen guten Tag. Ich mache jetzt wenigstens jetzt play. Ich habe jetzt in der Zeit zeitlich die Gantenflächen angesäht. Angesäht mit Abz. Das ist jetzt ein bisschen angekommen. Ich wollte euch nicht so lange warten lassen. Jetzt besäugt und das Lager noch leer gekauft. Lager gemacht. Nicht leer gemacht. Genau. Wie gesagt leer gemacht ist auch in den Pickup verkauft und das verkaufe ich schon auf den Hänger. Tollmere in großer Menge. Wie gesagt es war Mod. Ist ein Mod. Wenn es euch gefällt. Wie gesagt den Mod habe ich jetzt mir gerade. Habe ich geholt. Von Mod Roster. Ich hoffe das jetzt so praktisch den ziehen tut. Und dass der Trosche drüber weg kommt. Dann geht es mir auch gleich los mit Rapsernte. Ich hatte mir auch schon seitlich noch einen Flug. Dann geht es mit dem Hänger los. Und wer jetzt wird es geschafft. Irgendwas packt im Anhänger. Irgendwas stimmt. Wie gesagt ich habe noch nicht getestet gehabt. Dann müssen wir uns noch einen Hänger besorgen. So. Den nehmen wir. Machen ein bisschen kaltere Reisen. Ob das hier noch kommt. Fangen. Fangen. Wir fangen gleich mit der Rapsernte an. ich hatte es schon zeitlich alles alles angesät zwei fährer zusammengeflügt die acht und die neun ich hoffe euch gefallen nun mal meine spieleweise ich kann euch ein bisschen helfen es ist Ja. Wenn ihr wissen wollt, lasst uns doch mal was in den Kommentaren da, wenn... euch hier irgendwas mache, das euch nicht gefällt, fragt es mir einfach. Ich weiß nicht mal, wie ich euch... was euch interessiert und meine Spielweise euch herzen liegt. Wie gesagt, ich bin nicht gerade Frau Dreister, aber wenn ihr mir ein paar Themen gibt, dann schnapp ich mir was auf. Gut. Wie gesagt, wir haben hier ein scheiß Wetter. Wie gesagt, wir haben hier ein paar Strasse geklappt, wie es auch so was. Wie ist das denn bei euch, du? Wie gesagt, wir haben hier ein paar Strasse geklappt. Wie gesagt, lasst mich vergessen, wie... was ihr am besten für Mods haben wollt. Was euch so gefällt. Euch nicht so gefällt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, weil... wie es hier läuft. Wie gesagt, das ist jetzt äh... das zweite Video, was ich jetzt richtig hochklade und... so. Ob ich hier weitermachen soll, weiß ich auch nicht. muss ich hier mal sehen, wie das bei euch ankommt. so. 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 Und. So. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.